Wir sind die Familie Fellmann, kommen aus Hessen und haben hier im Sonnenhotel Weingut Römmert auch jetzt ein Zimmer erworben, wir werden es erwerben, haben die Kombination mit dem Weingut als sehr, sehr hilfreich empfunden für das Hotel und finden das Konzept des Hotels in der Summe mit dem Tagungsbereich, also auch mit dem Spa-Bereich sehr, sehr angebracht für die Vermietung unter der Woche, für den beruflichen Sektor, als auch dann für den Spa-Bereich am Wochenende natürlich, sodass wir glauben, dass das in der Summe ein gutes Konzept ist und möchten hier dann entsprechend investieren. Wunderbar. Und darf ich fragen, Frau Fellmann, was hat Ihnen den besten gefallen? Der Spa-Bereich, ich fand es sehr, sehr schön. Super, ja. Dann sage ich danke und auf gute Zusammenarbeit. Gerne. Dankeschön. 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 Gib Herzenswünschen ein Zuhause.